Siemens rockt den Rhein-Ruhr-Express. 82 hochmoderne Züge baut Siemens in Krefeld für einen der größten Ballungsräume Europas, die Rhein-Ruhr-Region. Wir haben vor ungefähr zweieinhalb Jahren angefangen und haben uns so, sage ich mal, schrittweise an den Auftrag herangetastet. Und wenn dann nach über zwei Jahren Tätigkeit schließlich die Entscheidung fällt, dass wir diesen Auftrag liefern sollen, dann ist das ein ganz tolles Gefühl. Der RX ist die perfekte Lösung, ohne rote Ampeln, ohne Staus, vom Arbeitsplatz nach Hause und zum Arbeitsplatz natürlich zu kommen. Das finde ich eine sehr, sehr reizvolle Idee. Toll ist, dass die Züge später im 15-Minuten-Takt fahren sollen und die Leute so schnell zur Arbeit kommen. Mensch, da hat sich ja die Mühe wirklich gelohnt die letzten zwei Jahre, die ganze Arbeitszeit, die man investiert hat. Und man hat sich halt doppelt noch darüber gefreut, dass der Auftrag gekommen ist. Und das ist dann einfach toll, wenn man weiß, der Zug kommt hier aus dem Berg. Die besondere Herausforderung in diesem Projekt liegt in der technischen Komplexität und in der logistischen Komplexität. Aber ich bin mir sicher, dass wir diese gut meistern werden. Der Kunde hat ganz konkret gesagt, ich möchte ein leichtes Fahrzeug haben. Und dieses leichte Fahrzeug müssen wir umsetzen mit intelligenten Technologien und intelligenten Materialien. Auch das Siemens-Werk in Wien ist an diesem Mammutprojekt beteiligt. Dieser Auftrag mit dieser Anforderung, mit dieser Kompetenz, das ist wie Rockmusik für einen Rockfand. Für die Zukunft ist es ganz wichtig, dass hier ein Modell geschaffen wurde in der Zusammenarbeit und hier gemeinsam noch besser am Erfolg arbeiten kann. Also eine großartige Chance, dieses Produkt auch in weiteren Ländern zu vertreiben. Und trotzdem alle an einem Strang zu ziehen und das Ziel zu verfolgen, dem Kunden das Fahrzeug als eines zu präsentieren. Wir hoffen natürlich, dass wir die Zukunft hier mitgestalten und wir werden das Projekt gemeinsam auf die Schiene steuern. Hey, für die Wien, wir haben alle einen Namen, das heißt Siemens. Da gibt es kein Konkurrenzdenken, wir sind alle Siemens. Der Rhein-Ruhr-Express sorgt für mehr Lebensqualität und Siemens garantiert die 30-jährige Wartung und Instandhaltung der Flotte. Ich freue mich besonders für die ganzen Kollegen, dass sie damit für die nächsten paar Jahre nochmal sichere Arbeitsplätze haben werden. Das gleiche gilt natürlich auch für mich. Für uns bedeutet das ja gleich mit Arbeitsplatz und Standortsicherung. Je mehr Aufträge reinkommen, desto besser ist das natürlich für uns sicher. Mehr Arbeit bedeutet für uns mehr Geld, also ist das für uns super. Das erfüllt mich dann halt auch mit einem gewissen Stolz, wenn ich dann in meiner Freizeit meinen Freunden sagen kann, hier habe ich daran mitgewirkt und dieser Auftrag im Prinzip meine Zukunft sichert. Ich gehe davon aus, dass ich mit dem RX später ganz normal wie jetzt mit dem Zug zur Arbeit fahren werde.